Saints Row 4 Saints Row 4 Saints Row 4 Saints Row 4 Zusammen mit dem Schickiboll Wie nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir ihn? Die hier? Wachen wir mal Achso Wer redet hier gerade? Betritt die Simulation Achja, wir haben jetzt die Views eingeschleust Müssten jetzt alle Richtig seltsam aussehen Wie sieht das hier komisch aus? Oh ja Cool Das ist jetzt die Matrix, eindeutig Oh, jetzt kommt die Lady in red gleich Wer ist das denn? Morpheus Ja, kann man machen Irgendwie Oh, scheiße Was ist denn hier los? Immer stimmt hier nicht Es geht schon Meine Grafikkarte Schick ich meine Grafikkarte Aski Aski Ich kann Aski Oh, was ist das denn? Das ist natürlich schon cool gemacht Oh, ich bin da Oh, ich will hier wieder weg Wir müssen aliens töten Aber ganz schön viele Wie war das hin? Ich weiß es nicht Klar Oh, die drehen alle frei hier gerade Boah, die Mucke Ach, da oben Ja, hier oben ist voll die Party Ja, ja, ich komme hoch Hier ist eine Alien-Invasion Wo haben wir jetzt alle? Ich glaube ja Piece of shit Ich habe euch alle Love you, guy Shit 10 Sekunden noch Oh, ein dicker 2 1 Wir haben es Absolut brutal Boah, ich bin fast gestorben Aber sowas von knapp Muss mir erstmal Energie holen Boah, diese Aski Macht mich total kirre Da ist wieder der Plattform Töte die Aliens Ich bin noch 600 Meter entfernt Ja Boah, ich bin gleich tot Ja, deswegen habe ich hier schon Energie gesammelt Ähm Ich sterbe gleich Ich will hier irgendwie hochkommen Aber Boah Ich habe keine Energie mehr Komm, geh weg, du Ding da Jawoll Und Bodenstampfer Die Rettung letztendlich, ne? Ja, irgendwie schon Achtung, und Ich komme I'll be there for you Und zack, wieder voller Energie Das ist schon geil UFO UFO Wo ist hier die Action? Keine Ahnung, ich sehe nichts da Ähm, ich brauche wieder Belebung Äh, wo bist du? Oben auf der Plattform Danke Ich habe schon wieder deinen Schritt gesehen Und Da drüben Wow Nicht verloren Nein Ach, scheiße Was ist denn da passiert? Und Das ist echt geil, dieser Bodenstampfer Ja Und Ich komme runter Jawoll Macht sich fertig Kann er echt nicht sehen Do it like they do it on Discovery Channel Here we go now Aaaaah Dieses Flugzeug da Ist da Absolute Ah, ist schon geil Wo ist es? Okay Achso Und dann werden uns immer unsere Kräfte hier geraubt Ja, irgendwie schon Wie viele Sekunden noch? Nicht mehr viele Das Portal ist gleich kaputt Das Portal ist kaputt Ja Nein Es ist wieder kaputt Scheiße Das macht keinen Spaß Ey Geht das noch besser? Puh Wie könnten wir es denn noch besser verteidigen? Ich habe keine Ahnung Wieso kann ich denn keinen Sprung machen? Ja, jetzt habe ich dabei Die Schnauze voll Der Schnauze ist voll Oder können wir das Ding restaurieren? Ich glaube nicht Wir müssen hier bloß schnell sein Ja, keine Ahnung Wie schnell das noch gehen soll Ah, ich schmeiße sie alle runter Oh Uah Er ist schon wieder fast kaputt Wo bist du? Ich bin oben Zwischen Monstern Du hast eine Geisel Oh komm Ja, irgendwie Das wird ja wieder nichts hier Und Weg mit euch Ich habe keine Ich würde auch gerne Wir haben noch 30 Sekunden, komm Ja Ich habe keine Energie mehr Ich bin tot Ich bin auch gleich tot Was war das denn? Ich habe keine Ahnung Oh, das ist ein Riesen-Bitch 12 Sekunden 12 Sekunden Danke 23 noch Holst du mich wieder? Wir haben es geschafft Belebst du mich eben? Ja, ja Ich war gerade in der Luft Wo bist du? Da Danke Dein Schritt gesehen Das wird langsam zur Gewohnheit hier Ja, ich glaube auch Ich glaube ich brauche eine neue Grafikkarte nach dem Spiel Wenigstens gibt es immer einen Checkpoint Das ist echt gut So, jetzt muss ich irgendwie gucken Dass ich hier Energie aufgeladen Also es liegt nicht an YouTube Und es liegt auch nicht an unserem System Sondern das ist so im Spiel Ja Oder doch nicht Ich finde Das System Das System hier ist komplett durch Ich finde wir sollten das ganze Spiel in Assi spielen Das wäre cool Aber warte noch nicht reingehen Naja Ich muss mich erstmal ein bisschen heilen Wenn du erstmal da hochkommst Ich glaube ich nehme den Trump Tower hier Ich bin oben Gleich Müssen wir ganz nach oben Nee Ich bin auf dieser Plattform wieder Komme Ach, jetzt werden wieder die Kräfte gesaugt Sterbe ich schon wieder Okay, verteidigen Goddammit Jetzt nehme ich die scheiß Waffe hier Das ist mir jetzt sowas von egal Kommt alle her Ich finde ja nicht ganz cool die Waffe Ich denke mal Das könnte besser klappen Diesmal Was ist denn hier los? Da gab es gerade glaube ich Ein Netzwerk Ruckler Weg mit euch So 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 sind die Gegner eigentlich Weg Jetzt sind sie weg So Der nächste Noch 50 Sekunden Das könnte sich mal gut klappen Ja Sieht gut aus Ich glaube die Waffenwahl ist besser Ja Da 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 Das sind Jäger keine Gegner Da 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 Oh da kommt was Wo denn? Ach da Noch 17 Sekunden 16 Ja, ich glaube das schaffen wir Ja, der ist gut dran Das Portal 6 5 4 3 2 1 0 Begib dich in Sicherheit Okay Schnell weg hier Ja, hier drüben rüber Okay Oh Oh Oh, da ist das Dosenvieh Genau, aber auf unserer Seite Jawohl Ja Daumen hoch Haha Oh shit Wir müssen raus Entkommen der Simulation Aber das ist ja in der Nähe hier Ja, zu Glück Stell dir mal vor Wir hätten den Punkt hier nicht freigeschalten Ja Okay 200 Meter 100 Meter Hier geht alles kaputt gerade Ich bin da Nein 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 Schnell rüber Es geht Es wird kaputt gehen Ich weiß es Ich ahne es Ich habe es Haupte mal Ja, wir müssen danach noch zu einem anderen Punkt Letzte Nee, das ist unser eigentlicher Punkt Oh scheiße Du kennst das Spiel schon Ja Ich hänge hier an der Kirche fest Komm Nicht festhängen Nee, ohne Scheiß Jetzt aber Übers Wasser springen Ich fliege übers Wasser Und Ich habe hier ein What Hier was stimmt hier nicht Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht Blue screen Blue screen Spielfortsätze Lord Prequel Saints Row 1 Was machen wir Spielfortsätzen Okay Die Simulation ist kaputt Also das war Ziemlich cool Ich glaube wir haben alles kaputt gemacht Hier Okay Und auch wenn es jetzt nur so kurz ist Geht es so kurz Ja, es geht noch weiter Na dann Auf geht's Oh oh Okay Cool Die sterben hier irgendwie schneller als in der Simulation Kann das sein? Ja Wie die fliegen Aber wie fliegen Ja gut Hier sind die ja Richtig verletzlich Das ist ja ja ein reinstes Durchrushen Oh Was geht denn hier ab Aber Sweetie Oh Das geht ja alles kaputt Bei denen Oh 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 Nee Ja Verteidige deine Begleiter Okay Irgendwo schießt hier was Checkpoint Ich bin an der linken Seite hier Rechte Seite ist gerade Action Aua Aua Hilfe Ach nö Was denn In der Mitte Schade Hier können wir auch keine Energie aufnehmen Da auch keine Superkräfte Meine ist auch gleich zu Ende Was ist deine Superkraft? Nee Meine Energie Oh nee Die Großen kommen jetzt her Komm Terminators Scheiße Oh 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 Och maan Die Waffe Die überhitzt so stark Oh Oh Ich schau ja Oh Ach komm Mit mir la los jetzt kommt alles klar geil geil power anzug das ist immer cool ja was passiert jetzt wirklich hier dick drin in dem anzug das ist konnte ja ich bin hinaus warte warte bevor wir das machen damit für uns auch die nächste folge noch schön versauen dann würde ich mal sagen bis zum nächsten mal